Ich bin in dein Gehirn eingedrungen, ich hoffe, der Boden deiner Höhle ist nicht glitschig. Und plötzlich stecke ich auf, ich bin im Mund der Realität im Traum. Ich reibe meine Augen und glattwissen mir ein Glück kaum. Das sind Dichter und Dichterinnen aus der Schweiz und zum ersten Mal aus dem Fürstertum Leichterstein, der ihre Texte performt und schlussendlich das Publikum entscheidet, wer heute Abend gewinnt. Sender im SMS mit dem Inhalt, China ist doof, alle sechs, sechs, sechs. Poetry Slam gibt es in der Schweiz seit bald zehn Jahren. 1990 ist das losgegangen, hat sich sehr kontinuierlich entwickelt in den letzten zehn Jahren. Und jetzt eben seit drei Jahren gibt es auch die Jugend Poetry Slam Meisterschaften, die wie im Fussball U20, also die Jugendlichen, auftreten. Normal kommt von Norm. Der Norm ist der Durchschnitt. Und ab normal ist alles, was den Durchschnitt übertrifft.